Was ist ein Aortenaneurysm-Screening? Aortenaneurysma-Screening ist ein medizinisches Screening, bei dem die ersten Anzeichen eines abdominalen Aortenaneurysmas identifiziert werden, bevor es reist. Bei richtiger Durchführung und in Populationen mit hohem Risiko kann das Screening Leben retten. Die Empfehlungen für ein Aortenaneurysma-Screening variieren je nach Land und basieren auf Studien, die von Regierungsbehörden durchgeführt wurden und Empfehlungen für ein Gesundheits-Screening abgeben. Bei der Entscheidung, ob Screenings empfohlen werden sollen oder nicht, versuchen diese Agenturen sicherzustellen, dass der Nutzen die Kosten übersteigt. Wenn jemand ein abdominales Aortenaneurysma hat, schwächt sich die Wand der Aorta ab und es dehnt sich aus und wird viel größer als es sein sollte. Das Aneurysma ist einem Bruchrisiko ausgesetzt. In diesem Fall kann der Patient in wenigen Minuten an den Folgen eines Blutverlusts sterben, da die Aorta das größte Blutgefäß im Körper ist. Das Screening wird daher verwendet, um Personen mit Aneurysmen im Frühstadium zu identifizieren und medizinische Eingriffe zu ermöglichen. Häufig wird eine AA nicht diagnostiziert, bis sie einen kritischen Zustand erreicht und den Patienten einem hohen Risiko aussetzt, während das Screening sie frühzeitig erkennt. In der Regel wird ein Aortenaneurysma-Screening bei Männern zwischen 65 und 75 Jahren empfohlen, die in der Vergangenheit rauchen. Dies können Männer sein, die gerade rauchen, oder Männer, die in der Vergangenheit mehr als 100 Zigaretten geraucht haben. Das Screening wird auch für Männer und Frauen empfohlen, bei denen in der Familie abdominale Aortenaneurysmen vorlagen. Menschen benötigen möglicherweise eine Überweisung für das Aortenaneurysma-Screening, wenn ihre privaten Versicherungen oder staatlichen Leistungen die Kosten decken sollen. Beim einfachsten Screening wird die Aorta mittels Ultraschall untersucht, um Anzeichen von Schwäche und Vergrößerung zu finden. Andere medizinische Bildgebungsstudien können ebenfalls für das Screening von Aortenaneurysmen verwendet werden, sie können jedoch Risiken wie Strahlenexposition bergen, wodurch sie für die Verwendung beim medizinischen Screening weniger beliebt sind. Wenn während des Screenings ein AA erkannt wird, kann ein Arzt die Behandlungsmöglichkeiten mit dem Patienten besprechen. Chirurgie ist normalerweise die empfohlene Behandlung. Die Leute fragen sich manchmal, warum medizinische Vorsorgeuntersuchungen, die Leben retten können, nicht für alle empfehlenswert sind. Der Grund dafür ist, dass das Screening manchmal mit Risiken verbunden ist, die den Nutzen möglicherweise nicht überwiegen. Bei Frauen überwiegen beispielsweise die Risiken unnötiger medizinischer Eingriffe, fehldiagnosen und emotionaler Stress infolge eines AA-Screenings die potenziellen Vorteile, da die Häufigkeit von Bauchhautenaneurysmen, die einen medizinischen Eingriff bei Frauen erfordern, so gering ist. Vielen Dank.